Ich wollte euch ein Konzept mal drüber, wo wir das mit Gupen und Hardgoat. Ja, ähm... So. Ups. Wir sind auf dem Weg Richtung... Indigo-Plateau. Zur Liga. Wir haben die ersten 8 Orden gemeistert. Da kommt ein Tantocher. Wir haben einen Tantocher. Wir haben einen Tantocher. Wir haben einen Tantocher. Sie haben einen Tantocher. Nice! So, Leve... Spide Level 44. So, nice. Nächster Kampf. Oh, magneton. So, wir gehen mal auf Ho-Oh. Nein, ich wollte nicht weiterkämpfen. So, Ho-Oh. Ho ist eingeschlafen, nein. Leuchtfeuer. Kommt vor so, nein. Aufgemacht, ja nein, Leuchtfeuer. Morlord. Ist wieder vegan hier. So. Aber die Trainer sind einfach deutlich stärker. Alles, die wilden Kumpel hier. So. 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 Das muss man eigentlich gar nicht trainieren, oder das Ding. Pucado, oh nein. Hüffel haben überhaupt Leute, wenn man so viel abzieht. So. Nidorina. Blizzard. Hältst du noch durch, verdammt. Hm, Surfer. Stern, du da, wechseln wir wieder auf. Vegan hier. die Hüffel. Äh, 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 Äh. Hm, Äh. Wo... ,, Das ist ein Angler. Angler dürfte meistens Wasserpoppo dabei haben. So, voller Fisch, voller Fisch, voller Fisch. So, voller Fisch. So, voller Fisch. So, voller Fisch. Gold King, Gold King, Gold King. So, voller Fisch. So, voller Fisch. So, voller Fisch. Wooll! So, voller Fisch! Sorry! Tstanden! Hau! So, voller Fisch! So, voller Fisch! Oder auch nicht. Stimmt, äh. Ich will auch packen, die trägt ja noch unser Münz-Amulett. So. Oh, Polita. Komm, musst du durch. Es darf nicht durchhalten. Oh, hält durch. Oh, geht daneben. Nice. Das ist ein, äh, ein Züge-Mensch aus. Ja. Oh, Fisana. Nice. Züge, schnei auf, verdammt. Ah, scheiß, kein Eisen. Ja, hier haben wir eine Hütte. Vielleicht können wir hier heilen. Geil. Ja, hier haben wir. Na, da haben wir hier. So, Zerschneider. Ein Turtok. Oh, ein Turtok, da können wir leichtes, leichtes spielen. Okay, das ist ein Turt, das ist ein Turt, das ist ein Turt, das ist ein Turt. Okay, geht die Treppe hoch, ah schade, den Trainer können wir nicht ausweichen hier. So. 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 Wir haben einen Halbwacher R, Halbheiler haben wir noch. Ok der ist weg, dann gehen wir wieder auf Ho-Oh Läuferlörterfeuer und weg, nice. Egal in Level 46, also Body Slam zu auch endlich mal was vernünftiges. So, Tackle kann es auch mal weg. Was ist das für ein Block? Was ist das für ein Block? Der King, ja. Was ist das für ein Block? Oh nö. Was ist das für ein Block? Ja genau. Nein, Body Slam wollte nicht einsetzen. Ok, hat aber trotzdem was gebracht. Ich nö das für ein Block. Jamie, das ist ein Block. Wenn wir uns einen Block haben, stelle ich euch ein. Ich habe einen Block. Oh na, ich habe eine Block. Und besiegt, nice. So, das ist ein Ast-Trainer. Ahm, Parasek. Er, Parasek. Zell Schneider. Wer ja auch Bolli-Slam machen können. Nice und weg. Egal, ich bin Level 46, nice. Entoron. Klein war auch noch. Ist auch ein Typ-Wasser. Oh, das funktioniert. Was ist das? Das ist nicht wie ich. Kann ich mich übernehmen können? bis dahin leute danke fürs zusehen und ciao